Ich traue mich mehr zu sprechen, einfach weil man es hier muss, Leute anzuquatschen und an meine Belegenheit tausend Fehler zu machen. Also auch die Blaue Lagune war schon richtig cool gewesen. Ich habe da sogar auch ein Bild auf Instagram hochgeladen, weil das sieht halt auch mega schön aus. Die ganzen Leute, die hier arbeiten, sind irgendwie nicht Personal. Sie sind halt eben Teil von diesem ganzen Studentenleben hier. Also ja, mega cool.